Silas wird anrufen, so ist der Plan. Gut. Und was ist, wenn ich ans Telefon gehe und einfach schreie? Das wirst du nicht. Wirst du keinen Ärger bekommen, wenn sie sehen, wie es mir geht? Spielt keine Rolle, solange ich ihn schnappe. Nein, dazu lässt das garantiert nicht kommen. Er wird es nicht schaffen, mich aufzuhalten. Oh doch, das wird er. Wieso hackst du es? Nicht einfach ab? Ich habe es abgehakt. Er hat wieder losgelegt. Es mussten Menschen sterben. Mensch, das Parr tänker geht. Ja, ich habe es abgehakt. Untertitelung des ZDF, 2020